und da wollen wir dann ein bisschen gucken. Na gut, wir spielen auf jeden Fall Damage für die erste Zeit. Das heißt, ich muss mich ein bisschen jetzt hier einfinden, dass ich hier mich zurecht finde. Natürlich du hier auch wesentlich mehr spielst, aber länger spielst. So, dann haben wir. Das haben wir auch. Ein bisschen Pressure hier, der nicht so langweilig wird. Was ich halt extrem finde, ist, sie haben vor allem als andere Änderungen, haben die oftmals die Größe der Kugeln, also die einzelnen Kugeln, die wir verschießen, die sind größer. Ähm, das ist halt bei manchen Helden schon ein Bild. Eigentlich schon in Ordnung, ja? Hier überdurchschnittlich, würde ich mal sagen, für den Pfeil. Ja, also da war der Pfeil schon mal eigentlich ein... eigentlich kleiner. Aja, das war smart. Es war sehr smart. Schau mal, da oben, du bist ruhig. Ist tot. Ja, Mercy, das müssen wir noch kurz davon hindern, dass hier irgendwer auf eine Schnapsidee kommt. Jetzt. Ja, da haben wir die letzten Meter auch noch. Das war schon. Da hab ich voll verzerrt. Was? Polarbeamten? Nee. Nicht ganz Polarbeamten. Das wär doch mal was, Freunde. Was kennst du, die Polarbeamten? Wie Pfannerkuchen. Du grenzt natürlich rückwärts in die Minen, ne du? Oh, Held. Oh, ich frohe. Ich frohe richtig. Ich frohe Hardcore. Oh, da hat sich der Schützen vor mich geworfen. Nein! Unser Heal! Oh, da hat die Krise1. Oh, da hat die Krise1. Da hat die Krise2! Hu hu huu! Ich musste die jetzt herholen, deswegen bin ich so nach hinten gejumpt. Weil sonst hätte ich die nämlich, äh... nicht herholen können. Komm schon ran hier. Sehr schön. Huuu! Das war halt das, wenn man... Wenn man dann einfach zu mir springt, du machst das super da hinten. Oh no! Yeah! I know, okay? You okay? I have a... That dance is much better! Ähm... Oh... Mercy... This ends now! Nein! Jaa... Uh, der hat nen Hass auf mich! Ja... That's it most of the time. Ähm... Ja, ist er weg nicht? Oh, Entschuldigung! Nein! Kacke! Ich... Ich... Konzentriere mich jetzt auch wieder mehr aufs Game, als dass ich mich dann auf die Chatdingse... Aber auf jeden Fall trotzdem, um es zu sagen, ich habe auf jeden Fall noch tatsächlich minimalstes Spiel. Nicht mehr viel. Und es ist auch... Jetzt nicht mehr... Ah... Ja... Gegenbewegung. Warum... Rennst du in mich rein, du Horst? Ja... Gegenbewegung. Warum... Ist schon in Valve, das ist ein Unterschied. Es ist halt immer nur schade mit solchen... äh, solchen Leuten, dass die dann... Oh Gott. Dass es da halt so viele gibt, die... Äh... Die dann versuchen sich da rein zu mischen. Boah... Das war ein nice Try, aber... Jawoll! Das Play of the Game geholt. Schön, so wollen wir es doch sehen. Ja, das war aber auch... Das war aber auch böse, das stimmt. Viel Mixup! Ja, ich... Das ist natürlich eine super Runde. Ja gut, den... Den Point haben wir verloren. Das haben wir auch akzeptiert, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Ja, also... Wirklich. Es ist... Ich bin zwar ein bisschen grad durcheinander... Ah... Ah, shit. Sehr, sehr... Boah, Alter, das war anstrengend. Äh... Ja, gut. Ich muss da noch mal gucken, woran es liegt. Was wird... So. Ich wollte den bloß dort sehen. Ist eh ein Kack-Modus. Das... 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 Das wird doch schon wieder nichts hier. Jetzt ist dann noch der Reinhardt. Tschüss. Nice Tridal. Das Hammer. Äh... Ach, wir haben einen... Hm... den Japanesen. Ich kann bloß diese Zeichen nicht. Es ist zwar so, wie wenns du zu allem sagst, dass... Das nicht Hochdeutsch ist, dass es bayerisch ist, aber... Ja... Manchmal muss man vereinfachen. Nee, würde ich nicht sagen. Ich will... What? Ego! My servants never... Ahh... ...it ends now. Achso, die haben... Genji, Alter. Play of the game. Tatsache, das wird mir einfach nicht angezeigt. Back to the cost. Present for ya. Ich bin echt schockiert. So, jetzt haben wir einen richtig fetten Loose abgekriegt. Achso, wir kriegen diese Zusammen... Äh, die Zusammenfassung bekommen wir dafür erst, ähm... Wenn wir die 10 Matches gespielt haben, tatsächlich. Dann sieht man... Oder muss ich das echt die Gesamte machen? Nee, das glaube ich nicht. Ich muss vor allem jetzt, wenn ich ziele und wirklich was lesen will... Muss ich halt wirklich meine Augen zusammengneifen. Damit ich ne Chance habe, überhaupt was zu lesen. Ich meine, das sind sehr bunte Farben hier. Äh... Algengritze. Ich werde hier beschnitten. Das gefällt mir nicht. Ja. Das ist schlecht. Nein. Ey, wie habe ich den gekriegt? Ich seh nix, Mann! Aaaaaaah! Oh no. Schreibung, Leister... Okay. Ja. Du bist weg. Nein. Äh... Oh Gott. Ich schieche mich die ganze Zeit da drauf. Ich hoffe, ich habe das Wort nicht gesagt. 53. Minute ist das Geschäft. Nein! Holy shit! Ah! Okay. Ich bin... Ich bin... Ah, dieses ist schlecht. Das went. Das ist jetzt so... Inhalte, wie ich habe... Inhalte... 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 Das stimmt! Ja, du solltest nicht einfach herunter gehen. Sehr schön. Ja, behaupte ich einfach. Ich habe immer noch schlechter. Also nicht, dass ich, dass meine Sicht an sich schlecht ist, aber ich bin halt einfach blind. Ich bin blind. Ich habe hier noch irgendeine andere Wahl. Eigentlich nicht. Ich bin mit ihr eigentlich schon recht gut unterwegs. Einfach besser spielen. Ja, geht doch mal weg, Mann. Alter, danke schön. Ich bin auf, Mann. Ich bin auf, Mann. Ich bin auf, Mann. Woosah! Ja? Du hast es? Ja? Ja? Da-daa-da. Ja, ich bin auf. Da-daa-da. Was ist das? Tschüss, aber war schön genug. Schade. Ich habe kurz gehofft, das bin ich, aber nee. Oh nein. Usa. Ach, als ob. Ah, klasse. Äh. Ja, gut. Oh no. Tschüss. Sehr schön. Hey, wir haben zwei noch gekillt. Das mit der Heilung ist teilweise echt übel, ey. Ich wollte kurz sagen, die wird das einfach wiederbeleben wollen. Da war ich kurz ein bisschen... Sehr schön. Warum? Ich weiß nicht, warum werde ich wiederbelebt, aber warum lassen die die wiederbeleben? Ich glaube nicht, ne? Okay, scheinbar schon. Ja, du kannst mich mal kreuzweise... und einschalten. Jaaa, ne? Nee, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Tschüss. Äh, ach die ist rauf gegangen. Jetzt kein Problem nur ein Auge auf dich zu haben. Kleiner. Ich hab's gar nicht gesehen. Die Nate ist da abgegangen. Ein bisschen Schleim, man möchte ein bisschen Dinger bekommen, Anerkenner. Die haben uns ordentlich weggepustet, das war schmerzhaft, das ist natürlich schon praktisch. Damit kann man dann auch ein bisschen länger stallen, ohne dass man gleich wieder 5 Fehler braucht, die dann überall sind. Sondern man kann halt auch so mal eine Position halten, das ist ganz nett eigentlich. Also bis jetzt muss ich gestehen, gefallen mir die Updates oder das Update schon so ein bisschen. Oh no, tschüss. Hat den Boden vor sich gehalten, ist das echt ein Ding? Ich hab das, ich check das immer nicht. Oder ist man verpeilt? Also das frag ich mich grad wirklich, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Au, aua. Immerhin eine Healerin mitgenommen. Warum machst du das? Ah, schön. Gacha. Du Nudelsalat. Ja, ach nee. Anso du Smartboy. Au. Unser Tank ist halt anwesend, ne? Keine Ahnung, wie ich da noch was mitgenommen habe, aber okay. Oh, wow. Oh, wow. Ah, gehen wir nicht auf den Piss, gehen wir nicht auf den Piss, dankeschön. Alter. Ich gebe mal rechts rum. What? Das ganze Game nochmal. Oh, jetzt bleiben sie diesmal hinten, I guess. Oder vielleicht auch nicht. Alter. Ich hab aber auch nicht gesehen. Oh, dieser Blöde. Ah, da war ne Mercy. Hallo Mercy. Das war es mir wert. Ha! Sogar beide! Der wurde einfach von der Seite annihilated. Ja, die haben Moine. Die Musiker sind. Hm-hm. What? Die Musiker sind. Das war ein nice try. Oh, ich werd wahnsinnig, haben wir das? Ja, wir haben es. Jesus. Loll. Also, also das, meine Freunde, das ist es. Das ist es wirklich. HUSA! Oh. Cool. Unbestimmt. Ich hab so darauf vertraut jetzt. Ich hab so darauf vertraut, dass die mich retten, die Leute. Das war, das war wirklich grad so'n, so'n, äh. Oh, Leute. Na gut, da machst du nicht mehr viel. Ja. Schön. Schön. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ah, scheiße. Wir haben so viele Leute, die, die wirklich krass was können. Ja, das ist, du machst, machst dann das Spiel. Oh no. So. So. Ah, ich muss da ran. So, die muss dich leider diven, sonst wären wir nämlich gestorben. Wir haben echt den Checkpoint bekommen, ich werde wahnsinnig. Aua, ich hab den nicht gesehen, den sind in den blauen Bällen, Alter, haben den richtig getarnt. Da machst du nichts. Bin ich nicht, mein Fehler, kann man nicht ändern. Hey, ich hab noch mal die Mercy mitgelungen, ja, das war auch schon mal was. Ja, die Gegner, die waren echt crazy, ey. Aber unsere beiden Healer waren trotzdem krass. Deswegen, also wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen geil, aber auf jeden Fall bin ich am Wochenende dann natürlich nicht am Streamen. Das ist schon mal... Das ist schon mal safe. Krasse Typen und wir sind nicht sehr geil. Stimmt, ja. So, da kriegen wir einen Assist. Ja, also wenn man wirklich mit seinem, mit seinem verlängerten Woche und allem drum und dran das Ganze, also... Ja, das ist wirklich ein Luxusproblem, Alter. Ich, ich hab, äh... Ähm... Komm ich dann natürlich dann an dem Tag nicht zum Streamen. Das ist davon, ja, im Besuch, ne. Ich frage mich, wer das ist. Wartig. What the what? Da muss man weiter... So, wir produzieren hier. Boah, das ist auch böse. Ah, scheiße. Yo. Das ist, äh, gut. Ja. Ah, dankeschön. Einfach rausgeschoben. Da fällt mir jetzt erst auf, dass, äh, er nicht nachlässt, sondern... ...mal zu zeigen, es gibt nämlich jetzt den Verlieb dich Hanzu und, äh, den Ich-Wag-Dich-Nicht-Reaper- oder sowas in der Richtung. Smoke Boy. Heilt ihr mal lieber. Ne. Halt ihr mal lieber. Ne. 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 Warum? Tschüss. Das ist natürlich, bitte... Ich hab die grad nicht gesehen! Die war... Oh no, das muss ja nicht wenig sein. Husa! Pepper! Boah! Nee, aber hier die beiden Healer, die waren schon großartig. Die haben sich dann noch gekriegt.